Hallo liebe Trader und Traderinnen, herzlich willkommen zur JFT Brokers Trading Wochenanalyse für die Kalenderwoche 29 und zwar für die Handelstage vom 16.07. bis 20.07.2018. Wir wollen uns wie gewohnt in den Märkten DAX, S&P, Euro und Gold hier widmen. Mit der Big Picture Analyse wollen wir uns das ganze große Bild der vergangenen Handelswoche anschauen, der kommenden Handelswoche anschauen. Welche wichtigen Widerstände und Unterstützungen sollten hier in der Woche eine gewisse wichtige Relevanz haben? Welche Kerntendenzen könnten hier eintreten? All das wollen wir hier in der Trading Wochenanalyse besprechen. Wie gewohnt auch unten in der Videobeschreibung, wenn euch hier zum Beispiel nur der Euro-US-Dollar als Analyse interessiert oder nur das Gold, dann findet ihr unten in der Videobeschreibung die entsprechenden Märkte, die ich bespreche und dahinter dann eine Uhrzeit, entsprechende Uhrzeit wo oder Zeitangabe sozusagen, wo dann in dem Video die Analyse zu dem entsprechenden Markt beginnt. Da könnt ihr einfach hinten draufklicken und dann landet ihr im Video direkt bei dem entsprechenden Punkt, wo es dann zum Beispiel mit dem Euro-US-Dollar losgeht. Bevor wir auch starten, der Blick auf den Risikohinweis, lest euch diesen bitte durch. Achtet prinzipiell darauf, dass ihr definitiv mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass all das, was ich hier sage, was ich vielleicht auch schon an Trading-Setups formuliere, definitiv nicht als Handelsempfehlung zu werten ist, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem Trading. Und wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder zum Broker habt, dann natürlich auf der Website von jfdbrokers.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder zum Broker natürlich beantwortet bekommen. Wir switchen zuerst auf die Fundamentals für die kommende Handelswoche. Ich habe das hier schon mal vorselektiert auf der Website von Finanzen.net. Schaue ich mir immer dann nur die Wirtschaftszahlen mit hoher Relevanz an. Ich habe das hier, wie gesagt, schon mal eingegeben und wir sehen hier am Montag in Helsinki. Das sehen wir nicht, aber es ist in Helsinki das Treffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin. Hier wird es diverse Themen geben, die dort eben angesprochen werden. Aber definitiv der Montag relativ vormittags schon startet hier um 9 Uhr. Zumindest ist es so angegeben, dass hier die eine oder andere Bewegung vielleicht stattfinden könnte, aufgrund dessen, dass dieses Treffen stattfindet und vielleicht Donald Trump und Wladimir Putin die eine oder andere Sache beschließen, die hier eventuell die Märkte etwas durcheinander wirbeln, könnte somit erstmal das im Hinterkopf behalten für den Montag, dass die beiden sich da entsprechend treffen. 14.30 Uhr auch nochmal so ein bisschen vorsichtig am Montag. Da kommt dann hier Einzelhandelsumsätze aus den USA. Könnte zu leichten Bewegungen führen, aber gerade der Verbraucherpreisindex auch in der vergangenen Woche hat erstmal grundsätzlich zu keiner großartigen Bewegung hier an den Märkten geführt. Von daher denke ich nicht so große Bewegungen, aber es sollte man 14.30 Uhr am Montag definitiv ein bisschen vorsichtig sein. Am Dienstag 16 Uhr, Jerome Powell redet hier, FED-Präsident 16 Uhr. Da sollte man ein bisschen schauen, könnte eventuell etwas Wirbel an den Märkten geben. Am Mittwoch dann auch nochmal Verbraucherpreisindex, Eurozone 11 Uhr am Mittwoch. Nicht ganz so wichtig, aber könnte eben auch zu kleineren Bewegungen führen. Also hier immer drauf schauen, entsprechend Australien, Kanada. Das sind natürlich keine Wirtschaftszahlen, die jetzt hier uns erstmal entsprechend für DAX, S&P und Co. interessieren. Aber natürlich für den australischen Dollar, kanadischen Dollar sind das natürlich auch wichtige Zahlen, die hier gegebenenfalls gerade in den Währungen zur Bewegung führen könnten. Eurozone ist für den DAX natürlich vielleicht interessant, aber es hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten gezeigt, dass hier eben der Verbraucherpreisindex aus der Eurozone erstmal nicht so riesengroßartig kriegsentscheidend ist. Okay, schauen wir auf die Märkte, starten wir hier wie gewohnt mit dem DAX. Wir hatten ja einen sehr, sehr schleppenden Markt in der vergangenen Handelswoche. Die US-Märkte ja sehr, sehr schön am Steigen. Wir werden uns ja gleich den S&P hier auch entsprechend anschauen. Also der ist auf, die sind oder die US-Märkte sind generell auf relativ verhältnismäßig hohem Niveau. Der DAX konnte leider Gottes, ich muss hier mein Zeichenwerkzeug nochmal aufmachen, konnte leider Gottes diese Bewegungen, wie sie dann die US-Märkte gemacht haben, in der Art und Weise gar nicht vollziehen. Wir sind ja auch zwar, nachdem der Markt, wir sind hier im 4-Stunden-Shart im DAX, nachdem der Markt am Dienstag hier oder von Dienstag zu Mittwoch etwas abgegeben hatte, konnten wir uns wieder erholen. Aber S&P und Dow, die sind hier schon viel, viel höher, konnten hier sehr, sehr stark steigen. Und wie angenommen, blieb einfach der DAX hier in diesem Widerstandsbereich um die Marke 12.550, 12.600 hängen. Und das hatten wir in der letzten Trading-Wochen-Analyse besprochen, dass eben auch aus diesem Bereich grundsätzlich eine Gegenbewegung denkbar ist. Ich hatte sie ein kleines Stück tiefer hier in den Gedanken, dass es hier durchaus bis 12.375 runtergehen könnte. Da fehlten am Ende 20 Punkte. Also diese Bewegung hat nicht ganz so hingehauen, aber die Erholung dazu kam. Und meine Analyse der vergangenen Woche war, wenn wir jetzt hier diese Bewegung, wie wir sie in der vergangenen Woche dann erstmal abgehalten haben, dann ist es denkbar, dass der Markt eben hier vielleicht die Kraft jetzt gesammelt hat und durchläuft und dann vielleicht hier in den Bereich 12.750, 12.800 steigen könnte. Das hat der Markt erstmal nicht getan, obwohl die US-Märkte schon längst auf diesem Niveau hier über diesem Hoch von Anfang der Woche sind. Also wirklich grundsätzlich auf viel, viel höherem Niveau erstmal rein charttechnisch hier rangieren, als es der DAX macht. Somit bin ich hier für die kommende Woche erstmal so ein bisschen vorsichtig und schaue mir das ganz genau an. Erstmal haben wir natürlich eine realistische Chance, dass der DAX erstmal grundsätzlich weiter steigt, weil wir haben einfach hier dann auch ab Mittwoch eben einen steigenden DAX gehabt. Immer wieder eben schöne positive Tage. Und es ist jetzt auch durchaus denkbar, dass wir am Montag erstmal nochmal Richtung 600 wandern könnten. Aber da sollte man etwas vorsichtig sein. Es könnte durchaus sein, dass wir in dem Bereich einen erneuten Rücksetzer sehen, dass wir hier eben entweder in dem Bereich um die Marke 12.550 oder eben sogar nochmal in den 12.500er Bereich runterlaufen könnten. Somit ist der Bereich 12.500 erstmal für die komplette Handelswoche 12.500 hier so der richtungsentscheidende Bereich. Also alles, was sich da drüber abspielt, ist erstmal grundlegend von meiner Seite long tendierend. Was da bedeutet, ich suche primär nach Überlegungen, den Markt zu kaufen. Und selbst wenn er nochmal in den 500er Bereich zurückläuft, wäre es eine Möglichkeit, hier den Markt zu kaufen mit dem Gedanken, dass wir zum einen erstmal, wie gesagt, erster Schritt nochmal in die 600, 620 dort oben in der CFD-Indikation beziehungsweise dann vielleicht erstmal nochmal ein kleiner Rücksetzer. Der muss nicht zwingend bis 12.500 gehen, um dann nochmals hier die Aufwärtsseite zu handeln. Und es dann denkbar ist, dann könnte es auch schnell gehen, weil wir hatten hier schon mal so eine verhältnismäßig schnelle Bewegung, dann könnte es schnell gehen, dass es in Richtung 740 beziehungsweise sogar 800 geht. Und vielleicht ist es dann so, wie in der vergangenen Handelswoche, wo wir dann etwas Momentum am Dienstag zum Mittwoch, also in der Nacht erstmal fing es an und am Mittwoch dann eben auch einen recht volatilen Tag hatten. Vielleicht ist es so, dass wir am Montag erstmal noch so ein bisschen verhalten sind. Das wäre erstmal so eine grobe Überlegung. Und vielleicht, wenn die Stärke kommt, dann Dienstag oder Mittwoch hier vielleicht sogar mal so einen richtig schönen Long-Tag sehen. Der Gedanke dafür, ob das im Endeffekt so hinhaut oder nicht, das wissen wir natürlich nicht. Aber was einfach die Quintessenz aus diesen Gedanken ist, ich würde, wenn ich hier in dem Bereich irgendwo einen schönen Einstieg sehe oder Einstieg finde und dass er dann auch, wenn der Markt recht gut anfängt anzulaufen, ich dann auch sehe, ob meine Einstiege oder mein Einstieg für einen eventuellen Trade eben gut war, dann bin ich gegebenenfalls auch mal gewillt, so einen Trade einfach laufen zu lassen. Und nicht eben, wie in der vergangenen Handelswoche habe ich immer in den Livestreams erklärt, des Öfteren mit Take Profits gearbeitet. Ich würde hier dann eben für die kommende Handelswoche zum Beispiel für solch eine Überlegung auch durchaus mal wieder in die Richtung gehen, dass ich einfach einen Trade laufen lasse mit dem Gedanken, dass wir vielleicht durch die Vorwochenhochs hier nach oben ausbrechen, dass wir hier so ein bisschen Stärke finden, der DAX so ein bisschen das aufholt, was der S&P und der Dow Jones in der vergangenen Woche gemacht hat. Schauen wir ja gleich drauf, um hier eben so ein bisschen nach oben zu pushen. Das wäre jetzt erstmal der Gedanke für die Long-Seite, für die Abwärtsseite. Gibt es natürlich ebenfalls Gedanken, also wenn der 500er-Bereich hier nach unten durchstoßen wird, gibt es hier so eine Zone, meiner Meinung nach, die sich in etwa bis in den, also von den 500 bis 400, in etwa so, ist diese Zone, wo ich sage, okay, in der Zone bin ich erstmal so ein bisschen vorsichtig, weil es könnte sein, dass wir hier so ein bisschen so eine Schiebezone ausbauen. Ja, wenn die US-Märkte weiter auf diesen hohen Niveaus bleiben, aber vielleicht auch gar nicht nennenswert nach unten kommen, aber auch nicht nennenswert steigen, sondern vielleicht erstmal so ein bisschen seitwärts tendieren, führt das natürlich auch im DAX dazu, dass wir eventuell seitwärts tendieren sind und das wäre dann der Bereich 500 bis 400, wo ich erstmal grundlegend so ein bisschen vorsichtig bin. Klar, man kann mal eben die Abwärtsseite in Richtung der 400 aus der 500 handeln, man könnte es auch mal hier unten im 400er-Bereich in Richtung 500 versuchen, weil es könnte sein, dass sich hier eben eine Seitwärtsphase zeigt und dann hat man natürlich untere Grenze, obere Grenze auch immer Möglichkeiten. Erst wenn wir hier dann den 400er-Bereich nennenswert nach unten durchschreiten, dann wäre hier die Abwärtsseite von meiner Seite wieder zu betrachten, durchaus realistisch. Erstmal, das ist relativ knapp unter 400, 375, da wird es interessant, das war ja auch für die vergangene Handelswoche für uns ein sehr wichtiger Bereich und wenn wir dann runtergehen, ist es schnell denkbar in Richtung 300 und dann wissen wir, wenn hier Momentum aufkommt, dann ist es auch schnell denkbar, dass wir hier wieder in Richtung 12.300, 12.200 nach unten rutschen. Also erstmal favorisiert die Long-Seite, dann zwischen 500 und 400 so ein bisschen vorsichtig, Seitwärtsphase und alles, was unter 400 ist, wäre dann erstmal grundsätzlich wieder interessant für die Abwärtsseite. Das erstmal der grobe Gedanke für den DAX für die kommende Handelswoche und dann switchen wir auch schon auf den S&P, der ist, wie gesagt, etwas stärker unterwegs. Wir sehen es hier, wir hatten hier auch diese Dienstags-zu-Mittwochs-Abwärtsbewegung, das war dort der Tag, wo Donald Trump dann verkündet hatte, dass er gegebenenfalls gegen China erneut Strafzölle hier eben wirksam werden lässt beziehungsweise hat dort eine Liste entsprechend veröffentlicht und im Zuge dessen sind die Märkte, gerade die amerikanischen Märkte und dann die europäischen Indizes hier auch ein bisschen mitgelaufen nach unten gedrückt. Aber wir sehen es, die Märkte haben sich sehr, sehr schnell wieder gefangen und wir sehen auch hier, dass der S&P schon längst neue Wochenhochs ausgebaut hat. Wir sind hier im DAX noch in etwa in diesem Bereich und der S&P, wir sehen es, ist schon über dieses Hoch rüber, ist dann hier auch über diese alten Hochs von Mitte Juno rüber, ist an den 2800er-Bereich herangelaufen, was wir als ein realistisches Ziel hatten, haben auch auf diesem Niveau, auf sehr, sehr hohem Niveau hier geschlossen. Also grundsätzlich sind die US-Märkte stärker als der deutsche DAX und das ist das, was ich auch im DAX gerade meinte, wenn eben hier mal vielleicht so ein Tag kommt, dann könnte der DAX durchaus diese Bewegung nach oben hier aufholen, die der S&P und der Dow Jones sieht ja ähnlich aus, dann eigentlich schon vollzogen haben. Und wenn wir jetzt hier, ich habe es schon mal grau eingezeichnet, solange der S&P, ich ziehe das Bild mal so ein bisschen kleiner, wir sind ja hier im 4-Stunden-Chart, solange wir hier im S&P oberhalb von 2781 in etwa bleiben, sollte das charttechnische Bild hier auch weiter aufwärts tendierend sein. Also auch hier selbst ein kleiner Rücksetzer in diesen 80er-Bereich wäre erstmal aus charttechnischer Sicht, beziehungsweise 82 ist es in etwa, wäre hier aus charttechnischer Sicht erstmal nicht schlimm, erneutes Steigen in Richtung der 2800er-Marke, die ist nämlich auf übergeordneter Ebene ein sehr, sehr wichtiger Bereich, aber es ist durchaus denkbar, dass wir hier 2820-2825 durchaus weiterhin realistisch erreichen könnten. Das würde für den DAX bedeuten, dass hier höchstwahrscheinlich dann doch mal der Bruch nach oben über diese 12.600er-Marke dort kommt. Hier erstmal wäre es durchaus realistisch weiter im Trend laufend, dass wir nach oben laufen und wenn wir uns hier den Tagesschart mal kurz anschauen im S&P, da kommt gar nicht mehr so viel Widerstand. Wir sehen hier einmal noch so eine Schiebezone von Anfang Januar, beziehungsweise Mitte Januar in etwa, zeichne ich mal ein, die hier so ein bisschen Widerstand noch geben kann. Dann schaut mal, das ist hier dieser Bereich auf relativ hoher Ebene, 2820 bis 2830 in etwa, in der großen Range, habe hier die Mitte als Widerstand genommen, 2825. Also dieser Bereich, der gibt dem S&P erstmal noch Widerstand, aber schaut mal, dann kommt hier nicht mehr viel bis zu den Allzeithochs. Diese Bewegungen, die hier noch zu sehen sind auf der Schagelschark-Basis, die sind relativ zügig vonstatten gegangen auf der Abwärtsseite, und da ist eigentlich, sollten diese Tage hier diese Kursbereiche dann gar nicht mehr so viel Widerstand geben, somit ist es übergeordnet denkbar, 25, nochmal eine Erholung. Müssen wir mal gucken, das ist jetzt hier eine Überlegung, vielleicht auch für die nächsten zwei, drei Wochen und dann ist es durchaus denkbar, dass wir nach oben laufen und erstmal für die kommende Handelswoche, wie gesagt, vier Stunden Schart, nochmal schauen, dass es durchaus denkbar ist, solange wir oberhalb von 2782 hier in etwa bleiben, dass es erstmal in Richtung des nächsten Widerstands gehen könnte. Ideal wäre für uns, wenn wir auch hier am Montag oder Dienstag, also Anfang der Handelswoche, vielleicht hier so ein bisschen Abgaben sehen. Ja, in diesem Bereich muss man mal gucken, das muss nicht direkt bis in 2780 runterlaufen oder 82 runterlaufen, aber wir schauen mal, dass ich nach leichten Rücksetzern hier gegebenenfalls in Longtrends reingucke und würde mir dann auch hier ähnlich wie im DAX überlegen, vielleicht dann auch mal über die Handelswoche so einen Trade vielleicht mal über zwei, drei Tage laufen zu lassen. Dafür muss ich natürlich reinkommen, dafür muss trotzdem Chance-Risiko-Verhältnis stimmen, alles, aber ich würde mir hier dann auch mal gegebenenfalls überlegen, vielleicht mal so einen Trade über Nacht laufen zu lassen. Sollten wir hier im S&P unter die 2780 bzw. 82 rutschen, dann ist es relativ zügig auch hier denkbar, dass diese Erholungsbewegung erstmal natürlich grundsätzlich in das nächste Unterstützungsniveau 2763 läuft, aber ist auch hier übergeordnet, wenn wir das einfach mal übergeordnet hier ganz fett einzeichnen, ja, dann haben wir hier einen Schwung nach oben, dann könnte sich auch noch mal eine leichte Erholung bis in dieses Ausbruchsniveau aus dieser Seitwärtszone hier in dem Bereich 2737 in etwa vollziehen, um dann diesen Schritt nach oben neu zu wagen und dann vielleicht auch den Schritt neuer Allzeithochs zu machen. Erstmal denke ich, dass ich hier diese Aufwärtsbewegung noch ein Stück weit direkt weiter bewegen könnte, rutschen wir allerdings hier unter 2780 in etwa, dann ist es auch denkbar, dass wir erstmal wieder so eine Konsolidierungsphase haben, vielleicht auch über die komplette Handelswoche, um dann in der nächsten oder übernächsten Woche erneut die Aufwärtsseite aufzunehmen und das würden wir natürlich dann in der nächsten Tradingwochenanalyse uns entsprechend anschauen. Das ist jetzt erstmal der grobe Gedanke hier für den S&P, was da einfach bedeutet. Zum einen, wir schauen ja auch hier täglich in den Livestreams immer drauf und ich nehme ja den S&P immer so ein bisschen als richtungsweisender Indikator dann auch, um teilweise den Dow Jones zu handeln, berichte somit hier meinen Blick drauf und würde dann entweder den Dow Jones oder S&P oberhalb von 2782 eigentlich idealerweise jetzt erstmal für Montag, Dienstag kaufen wollen. Und wenn wir da runterrutschen, dann bin ich vorsichtig. Und wenn ihr da eben dabei sein wollt, wenn ihr dort eben nochmal detailliertere Analysen entsprechend euch anhören wollt, dann seid ihr gerne eingeladen zum täglichen Livestream DAX Long oder Short früh um 8.50 Uhr hier auf dem YouTube-Kanal von JFD Brokers oder am Nachmittag um 15.45 Uhr US Opening Bell, wo wir dann primär auch auf die US-Märkte wie den S&P zum Beispiel eingehen. Schauen wir auf den Euro, der ist nach wie vor eigentlich verhältnismäßig schwach. Ich kenne viele, die jetzt eben immer mal wieder den Euro auf der Long-Seite sehen wollten beziehungsweise den Euro auf der Long-Seite gehandelt haben, was vorletzte Woche eigentlich auch grundsätzlich gar nicht so verkehrt war. Für diese Handelswoche aber hier grundsätzlich, ihr habt ja diesen grauen Strich ja immer, den ich einzeichne mit dem Wochenstart. Und wir sehen hier die vergangene Handelswoche, dass eigentlich die Kerntendenz eher auf der Abwärtsseite gelegen hat. Ich habe hier auch nochmal so einen grauen Bereich eingezeichnet, was für mich, für die komplette Handelswoche so ein bisschen der richtungsentscheidende Bereich war. Da sehen wir, dass wir hier zum Ende der Handelswoche dann in diesen Bereich reingelaufen sind, dann auch erstmal die Schwäche gesehen haben. Führt auch dazu, dass ich zum einen hier erstmal die Long-Seite in diesem Bereich nochmal versucht habe, Break-Even raus, dass ich dann hier die Abwärtsseite versucht habe, was im Endeffekt dann auch Break-Even ausgegangen ist. Ja, das waren eigentlich meine zwei Euro-Trades. Also viel verdient habe ich hier im Euro nicht. Vorletzte Woche hatte ich gar nicht gehandelt. Das hatte ich ja auch schon gesagt, dass ich aktuell im Euro eigentlich noch so ein bisschen in der Findungsphase bin. Das könnte sich jetzt allerdings für die kommende Handelswoche etwas ändern. Denn eigentlich hat sich jetzt mein Bild zwar nicht so zu hundertprozentig mit dem Schlusskurs von Freitag gezeigt, dass der Markt hier diese Schwäche, die wir übergeordnet eigentlich haben im Euro. Wenn wir uns den Euro mal auf dem Tagesschart anschauen, dann ist hier erstmal grundsätzlich eigentlich alles klar. Der Markt geht abwärts, also auf dem Tagesschart zumindest. Und dann haben wir hier diesen Bruch aus dieser Seitwärts-Schiebezone hier oben nach unten gehabt. Also wirklich sehr, sehr eindeutig. Undeutig haben jetzt hier unten mit dieser Bewegung, die wir jetzt hier haben, eigentlich so eine Art Erholungsphase zum Abwärtstrend sehen, dass diese Schwankungsamplitude hier grundsätzlich etwas kleiner wird. Und mein Bild, was ich hier eigentlich so gezeigt hatte, war schon in der vergangenen Handelswoche, ja, wir können oberhalb bestimmter Bereiche durchaus auch weiter steigen. Es ist auch durchaus denkbar, dass der 18-20er-Bereich erreicht wird. Aber es zeigte sich immer wieder in der Woche, dass immer wieder Bewegungen, die nach oben stattgefunden haben, sehr, sehr schnell wieder abverkauft worden sind. Und eine richtig schöne Folge steigender Hochs, steigender Tiefs ist hier grundsätzlich gar nicht eingetreten, beziehungsweise ja sogar eine Folge fallender Hochs und fallender Tiefs in der vergangenen Handelswoche. Und dieser graue Bereich hier eingezeichnet, in etwa 1,1650 in ganz, ganz grob, ist jetzt hier so der richtungsentscheidende Bereich für mich für die kommende Handelswoche. Und wir sind jetzt zwar mit dem Schlusskurs wieder über diesen Bereich, das ist ja dieser Bereich 1,1650 bis 1,1675 in etwa. Und wir sehen, dass der Schlusskurs erstmal zwar knapp da drüber ist, aber wenn wir hier wieder drunter rutschen, dann ist eigentlich meine Zeit gekommen. Denn ich sehe übergeordnet den Euro weiterhin auf der Abwärtsseite. Wir sehen auch unten diesen 1,15er-Bereich knapp da drüber. Ich habe ihn mal rot markiert, unten hier mit diesem Unterstützungsniveau, dass dieses Niveau jetzt schon mehrfach getestet worden ist. Ja, klar, es könnte ein Zeichen dafür sein, dass einfach der Markt hier unten nicht weiter nach unten will, sondern weiter nach oben läuft. Das kann er von mir aus auch oberhalb von 1,1675 tun, denn da werde ich noch vorsichtig sein. Also wenn der Markt jetzt hier wieder anfängt zu steigen, dann bin ich auch durchaus gewillt, hier vielleicht den Euro doch nochmal zu kaufen in Richtung 1,1820. Und wenn er richtig stark ist, dann ist hier auch definitiv denkbar, dass wir erstmal in der kommenden Handelswoche Richtung 1,19 steigen könnten. Aber ich möchte eigentlich den Markt vielmehr unter diesem 1,1675, 1,1650er-Bereich sehen. Und dann kommt hier meine Zeit, dass ich versuchen würde, immer mal vorsichtig den Euro zu shorten, mit dem Gedanken, dass der Markt erstmal nochmals hier diesen 15er oder knapp oberhalb von 1,15er-Bereich hier unten anläuft. Und wenn ich jetzt hier auf verhältnismäßig hohem Niveau in diesen Trätschen reingekommen bin und das funktioniert so, dann sollte hier unterhalb dieses aktuell wichtigen Unterstützungsniveaus durchaus die Möglichkeit bestehen, dass der Markt an Momentum zunimmt, an Bewegung zunimmt. Die Möglichkeit besteht hier unten gegebenenfalls sogar, Positionen zu pyramidisieren, weil sich dann gegebenenfalls eine erneute Bewegung, ähnlich wie dieser hier, einschleichen könnte. Das ist der Kerngedanke, den ich dahinter habe, den ich in ähnlicher Art und Weise auch schon vergangene Handelswoche hier angesetzt hatte beziehungsweise erklärt hatte, auch jetzt dann am Freitag, schon mal einen kleinen, vorsichtigen, mit kleiner Positionsgröße Versuch hier gewagt habe, den Markt zu sehen. Er ist dann Freitag zwar zum Nachmittag erstmal nochmal auf kleinerer Zeitebene gestiegen, aber ich werde es hier unterhalb von 1,1675, 1,1650 weiter auf der Abwärtsseite versuchen. Mit dem angesetzten Gedanken, den habe ich hier erklärt und solange wir darüber bleiben, werde ich vielleicht dann auch immer mal vorsichtig kaufen, aber ich werde erstmal für die Käufer hier oben mit Take Profits arbeiten. An entsprechenden Zielbereichen, wie diverse Zwischenhochs, Wochenhoch hier oben, so dass man eben, wenn man in Käufen drin ist, wir haben aktuell einen auch sehr unwolatilen Euro. Wenn man sich das Ganze auf dem Tagesschart anschaut, dann sieht man, dass die Tagesschwankung hier grundsätzlich am Fallen ist. Das ist hier unten diese ATR. Also die durchschnittliche Tagesschwankung ist peu a peu am Fallen. Wir haben aktuell noch hier eine durchschnittliche Schwankung des Euros von 67 Pips am Tag. Das ist extrem wenig. Und wenn man dann hier es schafft, schon mal dann von den 67 Pips irgendwie 20 oder 30 mitzunehmen, dann ist man schon sehr, sehr gut. Also eine Volatilität, die sinkend ist, die fallend ist, ist gerade für uns Daytrader meistens dann eben nicht so großartig von Vorteil. Somit bin ich hier auch aktuell etwas vorsichtiger. Und die Kernrichtungen für den Euro stehen hier grundsätzlich fest. Schauen wir uns abschließend den Goldpreis nochmal an. Hier hatten wir ja auch gesagt, dass Gold ganz klar weiterhin sauber im Abwärtstrend ist, was sich dann in der vergangenen Handelswoche auch zeigte, dass hier der Bereich des Widerstandsniveaus, ich zeige euch das nochmal hier mit dem Bereich um die Marke 12,60, das hatten wir in der vergangenen Handelswoche auch angesprochen, und dass dieses einfach alte Tief hier von 12,61, 12,60 in etwa eben erstmal interessant ist für die Abwärtsseite, denn, und das habe ich ja auch immer wieder gezeigt in den entsprechenden Livestreams, wenn der Markt eben sauber abwärts tendierend ist, Moment, das sollte jetzt ein Pfeil werden, dann sind einfach so Tests, Altertiefs meistens interessant für Verkäufe. Also Markt geht runter, Markt geht hoch, Markt geht runter, Markt testet hier diesen alten Tiefbereich, mehrfach, prallt immer wieder ab, geht dann stark nach unten, geht dann nach oben, geht nach unten, und jetzt wurde einfach wieder nur dieser Tiefbereich hier getestet, und der Markt ist wieder nach unten, hat sogar hier unten neue Bewegungstiefs ausgebaut. Und wir hatten in der vergangenen Trading-Wochenanalyse den Bereich 12,33 als grobe Zielmarke hier im Kopf, das haben wir noch nicht ganz erreicht, aber wir haben hier übergeordnet einen sehr, sehr wichtigen charttechnischen Punkt unterschritten kurzzeitig, und zwar dieses Tief aus dem Dezember. Hier sind wir ganz kurzzeitig in der CFD-Indikation nach unten durchgeschossen, seht ihr das? Hier, da sind wir ganz kurz tiefer gewesen, also hier bestimmte Orders, die hier unten schon lagen, eventuelle Stop-Punkte, sollten eigentlich erstmal abgearbeitet sein. Und wir haben jetzt erstmal eine Erholung, und es ist jetzt durchaus denkbar, dass so ein Fehlausbruch hier unten dazu führt, dass Gold erstmal wieder steigt, stark steigen könnte, also alles ist denkbar, wenn wir jetzt hier wieder stark nach oben laufen. Aber ich gehe erstmal weiterhin davon aus, und das ist ähnlich wie in den anderen Märkten, dass ich hier einen Bereich habe, der für mich richtungsentscheidend ist. Jetzt sind wir weiterhin, Moment, da gucken wir wieder mit dem Fadenkreuz, sind wir weiterhin, ich habe es hier auch grau markiert, Moment, machen wir das Fadenkreuz nochmal, ich habe es hier grau markiert, solange Gold unterhalb von in etwa 1.252 bleibt, solange wir da drunter bleiben, würde ich erstmal weiterhin nach leichten Erholungen auf der Abwärtsseite hier handeln wollen, mit dem Ziel, dass wir zum einen hier unten den 33er Bereich, das ist jetzt hier knapp unter den Vorwochentiefs, aber, dass es dann eben weiterführend durchaus denkbar ist, wenn wir weiterhin Schwäche haben, wenn der Markt sich genau so, wie er sich jetzt in den vergangenen Wochen weiter verhält, dann auch in den kommenden Wochen weiter verhält, dass wir eben runterlaufen, dass wir uns erholen, runterlaufen, erholen, runterlaufen, erholen, runterlaufen, und dann ist es durchaus denkbar, dass jetzt hier der 1.216er Bereich, das ist das nächste wichtige Unterstützungsniveau, hier durchaus angelaufen werden könnte, und solange wir unterhalb dieses in etwa 52er Bereiches bleiben, also von mir aus kann er hier auch nochmal so ein Stück hochgehen, und dann sollte er aber idealerweise nach unten gehen, werden wir hier oder sollte Gold diesen Preis nach oben durchschreiten, dann würde das Szenario B in Kraft treten, dass wir eventuell hier doch einen etwas stärkeren Goldpreis sehen, dass wir uns hier zu dieser großen Abwärtsbewegung doch mal wieder so ein bisschen erholen, hier ist es durchaus denkbar, 12.82, also dieser Bereich hier, der ist eben dieses alte Tief, was wir hier auch schon zwischendurch mal hatten, sehr, sehr interessant, also wenn wir oberhalb von 52 in etwa hier vom Goldpreis rangieren, dann würde ich antizyklisch zwar, aber versuchen vorsichtig immer mal zu kaufen, solange wir aber darunter bleiben, hier eben weiterhin verkaufen, weiterhin trendfolgend agieren, in Richtung neuer Bewegungstiefs, in Richtung 12.16, das wäre so der grobe Gedanke, und da schauen wir dann eben täglich in den Livestreams immer mal wieder entsprechend drauf, das große Bild haben wir vor Augen, solange der Markt dann eben auch weiterhin uns täglich zeigt, okay, er möchte nach unten, dann werden wir versuchen zu verkaufen und wenn der Markt eben uns zeigt, nein, nach unten möchte ich nicht mehr, wir haben vielleicht auch schon den ein oder anderen Trade produziert, der nicht so viel Geld gebracht hat, dann würden wir es hier gegebenenfalls dann auch mal auf der Aufwärtsseite versuchen. Das soll zu meiner Seite gewesen sein, ich wünsche euch für die kommende Handelswoche erstmal Good Trade zum Megatrading und wir hören uns dann bei den täglichen Livestreams, bis dahin, euer Markus Klebe, bye bye und ciao!